Herzlich willkommen bei Reisemobile Dünn. Mein Name ist Eugen Bolthoff und ja, hinter mir seht ihr das Fahrzeug, was wir euch heute in diesem Video vorstellen möchten, unseren Mobilwetter Kea P64. Unser neuer Grundriss vom Mobilwetter auf der Kea-Variante. P64 steht hier für ein 6,99m langes Einzelbettfahrzeug mit der Option zum Hubbett. 2,95m hoch, 2,35m breit. Ja und Mobilwetter typisch halt mit dem Bug, mit dem Mobilwetter-Logo, Rahmenfenster und ich würde sagen, wir gehen einmal drum herum. Mobilwetter typisch haben wir hier einmal die Rahmenfenster ab Werk verbaut, den Absorber-Kühlschrank. Modellbedingt bieten wir auch einen Kompressor-Kühlschrank an. Den Frischwassertank-Füllstutzen, das schöne Gasfahrer, wo beide Flaschen nebeneinander Platz finden. Hier auch schon mit der Duo-Controller-Sonderausstattung eingeführt. Das Ganze auf 16 Zoll Leichtmetallrädern. Bei dem Fahrzeug jetzt hier in der Serie auf einem Leitfahrwerk, sprich 3,5 Tonnen. Das Ganze auch optional natürlich bis 4,4 Tonnen. Auch das Ganze auf Fiat dann mit Automatik. Truma Kombi 6 ist serienmäßig verbaut. Die Option ist auch hier vorhanden, das Ganze als Hybrid-Heizung zu bestellen, sprich als Truma Kombi 6e mit zwei Elektro-Heizstäben oder als Diesel-Elektro. Das ist möglich. Ja und dann haben wir halt das Schöne bei dem 6,99m-Fahrzeug ist halt durch die Einzelbetten, haben wir auch hier, wie man es beim Mobilwetter kennt, die große Heckgarage. Türen sind identisch. Wir haben einmal den großen LED-Stripe als Beleuchtung mit drin. Wir haben einmal hier hinten die Heizung verbaut. Frostwächter direkt hinten an der Heckgarage. Kommt man super dran. Auf der Markisenseite oder auf der Beifahrerseite, der Wagen hat in dem Fall noch keine Markise, bieten wir aber selbstverständlich natürlich als Option an. Haben wir auch nochmal eine 230-Volt-Steckdose in der Heckgarage verbaut. Das ist hier schon Serienstand. Ja, dann mit einer der schönsten Ansichten beim Mobilwetter, egal ob man Care-P, Care-E, Crosser oder den neuen Technoline nimmt, ist, finde ich halt die Heckansicht mit den schmalen LED-Stripes. Das sieht halt schon schick modern aus. Das Ganze hier ein bisschen in Schwarzhochglanz und Anthrazit abgesetzt. Optional empfehlen wir auch allen unseren Kunden, ist die Doppelaugen-Rückfahrkamera ab Werk zu bestellen. Da haben wir einen Innenraum-Rückspiegel und wie gesagt eine Doppelaugen-Rückfahrkamera. Und die ist hier mit knapp 690 Euro vom Preis her auch unschlagbar. Die Garage ist natürlich auf beiden Seiten identisch groß, nur der einzigste Vorteil ist, auf der Beifahrerseite habe ich das Ganze nochmal mit einer Arretierung, auf der Fahrerseite das Ganze mit einer Feder gespannt, so dass man das Ganze dementsprechend hier bei der täglichen Nutzung super im Sommer arretieren kann, wenn man mal Sachen rein- und rauslegen will. Ich sag mal, die Toilettenkassette ist, glaube ich, allen bekannt. Wir haben hier eine Z4 Toilettenkassette verbaut und dann haben wir noch unser letztes kleines Fach nochmal sozusagen in der Seitenschürze verbaut. Da kann man nochmal ein paar Kleinigkeiten reinlegen. Und ja, dann haben wir mobilettertypisch die Aufbautür mit Verglasung, mit großer LED Außenbeleuchtung, die gleichzeitig als regen Ablaufkante dient. Ja, und dann würde ich sagen, Patrick, wir schwingen uns mal rein und schauen uns hier mal von innen an, oder? So, meine Lieben, ja, wir sind angekommen im Kehr P64. Da das Fahrzeug hier etwas kürzer ist als die 86er und 90er Serie mit 7,50 Meter, haben wir hier nur 7 Meter. Deshalb haben wir das Ganze hier mit dem Kombibad versehen, nicht mit Dusche, Toilette getrennt. Da kommen wir aber gleich zu. Wie man es kennt, Pilotensitze für Fahrer, Beifahrer, eine Face-to-Face-Dinette, die man auch dementsprechend halt zu Sitzplätzen umbauen kann. Den Schmetterlingstisch hier in der Höhe verstellbar, weil Patrick schwenkt mal hoch. Das Modell ist jetzt ohne Hubbett ausgestattet. Dann habt ihr auch das große Häkki oben drin, die durchgehende Schrankgalerie. Das Ganze ist optional auch mit Hubbett zu bekommen. Dann ist der Tisch halt dementsprechend fest, weil Mobilwetter bietet immer ab Werk die Option an, wenn kein Hubbett bestellt, könnt ihr hier immer noch ein Notbett daraus bauen. Das finde ich relativ charmant gelöst, wenn man sagt, die Leute, die kein Hubbett haben, haben immer noch die Möglichkeit, jemanden temporär mal auf so ein Notbett einzuquartieren. Ja, Patrick zeigt euch mal so eine Roomtour durch den Dinette-Bereich. Ich finde, er ist super gelungen. Die Polster ist halt Mobilwetter-like. Finde ich immer ein Hingucker, aber das muss jeder selber entscheiden. Patrick schwenkt einmal mit der Kamera rum und wir begehen uns mal Richtung Küche, würde ich sagen. Außer Dinette stehen wir schon in der Küche. Drei-Flammen-Gaskocher mit elektrischer Zündung, Edelstahl-Waschbecken. Das Ganze natürlich hier mit den cleveren Abdeckungen bzw. Schneidebrettern. Wie gesagt, ohne Hubbett haben wir das Ganze hier durchgehend in den Schrank gebaut. Schöne große Schränke schließen schön und dann natürlich auch die heiß geliebten tiefen Einzüge, die Mobilwetter anbietet. Das ist halt das, wo jeder sagt, das ist halt mal wirklich bis auf den letzten Zentimeter genutzt. Das Ganze mit Soft-Close. Das Ganze natürlich auch mit Besteckkasten. Hier ist noch das Schneidebrett mit drin. Genau. Küche, hier ein bisschen über Eck, schön tief, schön viel Platz. Ich habe hier wirklich ein super Raumgefühl und habe direkt neben der Küche dann unseren Automatik-Absorber-Kühlschrank von Tedford. Funktioniert, wie gesagt, über alle drei Betriebsvarianten bzw. über Strom, 12 Volt und Gas. Wobei hier immer unser Ratschlag, die 12 Volt Variante ist ein reiner Haltungszustand. Und ja, das wäre die Küche. Und dann würde ich sagen, Patrick, wir gehen mal ins Bad. Im Bad, wie ihr seht, haben wir einmal die Möglichkeit, den Waschtisch komplett umzuklappen, sodass wir wirklich auch eine Duschkabine generieren können. Wir haben hier einmal die Tedford-Toilettenkassette mit schwenkbarem Toilettendeckel, elektrischer Spülung. Und wenn wir einmal am Waschbecken ziehen, dann kommt sozusagen schon die Dusche entgegen, arretiert. Und dann kann ich das Ganze hier umklappen mit so einer Doppelschwingtür. Ich kann es schließen und dann noch mal mit dem wasserdichten Rollo zumachen und habe auch eine super bequeme und relativ große Duschkabine. Und wenn ich es nicht brauche, schwenke ich es wieder zurück und habe wirklich ein schönes Badezimmer. Der Holzrost ist serienmäßig dabei. Das heißt, wenn man die Dusche nicht nutzt und wirklich nur das Bad, kann man das Ganze auch dementsprechend mit nutzen. Ja, und zu allerletzt sind wir im wichtigsten Teil angekommen. Das ist hier beim Mobilwetter, beziehungsweise sind hier beim Mobilwetter die Einzelbecken. Wir haben Einzelbecken mit einer Bettverbreitung für die Mitte. Hier das Schöne dementsprechend auch noch mal mit Schiebetüren, dass ich das Ganze auch noch mal nach vorne hin, jetzt werdet ihr mich nicht mehr sehen, nach vorne hin abschließen kann, beziehungsweise wieder aufschließen kann. Und so kann man wirklich hier auch ein bisschen Privatsphäre schaffen, falls der Partner noch nicht müde ist oder schon zu viel wach ist, wie in welcher Konstellation auch immer, kann man das Ganze hier etwas räumlich trennen. Das heißt, der Schlafabteil ist zu die Nette nochmal hier über die zwei Schiebetüren getrennt. Und das Ganze finde ich halt auf 6,99 Euro als Grundriss halt super für zwei Personen oder gar sogar für drei oder vier Personen mit Hubbett. So, meine Lieben, ja, das war's mit unserem Mobilwetter KRP64. Wir fassen noch mal alle Fakten, Zahlen zusammen. Baulänge 6,99, 2,35 Meter breit, 2,95 Meter hoch. Optional mit Hubbett, Off-Fiat mit Automatik, mit Heavy Chassis, alles möglich. Optionen wie Sat-Anlage, Markise, Navigationssysteme, Solaranlagen bieten wir bei uns im Hause bei Reisemobilwilm gerne an. Kommt vorbei, lasst euch beraten, lasst euch ein Angebot machen, lasst euch ein bisschen inspirieren oder betrachtet einfach bei uns die wunderschöne Ausstellung. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert uns, schreibt uns, ruft uns an und dann würde ich mich jetzt in dem Sinne verabschieden und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.